Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Applejack Flip. Der Applejack Flip ist einer von unzähligen Varianten des Applejack. Dieser hat wie alle Flips ein Ei in sich. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 5cl Calvados, 1 Ei, Barlöffel Läuterzucker, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. 1. Shaker, Strähner, Barlöffel, Tumbler 2. Zubereitung Eiswürfel in einen Shaker geben. 3. Calvados, Ei, Sahne und Läuterzucker dazugeben. 4. Gut schütteln. 5. In einen gekühlten Tumbler abseihen. 5. Sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Diese Varianten gibt es. Applejack, Applejack Algonquin, Applejack Cocktail, Applejack Collins, Applejack Cooler, Applejack Daisy, Applejack Highball, Applejack Manhattan, Applejack Punch, Applejack Rabbit, Applejack Ricky, Applejack Sling, Applejack Sour. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! 11. BELEUX T Design pleasuredense. Extendento behaviour Youtube 3.إwen 0.4 5.000 5.000 6.000